Ich bin mal gespannt, was jetzt bei dem, ähm, dann ja, bei dem nächsten Skin-Dings da, was da so. Vielleicht, die hatten ja letztens so einen Skin-Contest. Vielleicht ist ja da irgendwas bei, dann davon. Ja, oder in dieser Folge. Schön, dass du eingeschaltet gehabt hast, zu Handschaudern. Mit dabei ist natürlich Muni gekriegt auf die Rabenzurren. Oh, ich hab was bekommen. Handdoller. Dankeschön. Ja, cool. Ich hab Handdoller bekommen. Ich hab auch mal Rabenzurren bekommen. 767. Ja, cool. Cool. Hier, ich hab jetzt auch mal Raben kaputt gemacht. Okay. Mit Feuer, mit Feufeu. 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 Ich bin mal gespannt, auch wenn ich draufgehe, ob ich dann die Punkte behalte. Ja, hab ich ja auch. Ah, echt? Okay. Das ist cool. Also am Anfang, als ich doch diese Blut, äh, diese Blut, äh, 70 Blutpunkte bekommen habe. Ja, ja. Okay. Das ist eigentlich voll cool. So, dann hat man halt trotzdem was. Raben irgendwo vor uns. Also, also. Hä? Die müssen ja Raben halt gerade gehört, oder? Oder war da, ach nee, ich glaub, nee, da waren seine Würmchen nicht gehört. Warte mal kurz. Ach nee, ist egal, lauf weiter, ne? Nicht auf den Schießen, dann machst du noch weiter. Lauf einfach. Nö, nö, einfach laufen. Na gut. Ach nee, was ich mir schön hätte, oh Mann. Versuch die extra mal leise zu machen. Das tut gut. Außer Special Emmo. Was? Special Emmo. Da hinten war Special Emmo. Hast du hier aber keine Special Emmo. Oh, das ist so gut. Ich hab's immer noch nicht freigeschaltet, deswegen ja. Und das ist voll krass eigentlich. Ach ja, stimmt. Ja, ich vergesse, ich hab's immer. Dauert immer so lange. So, ja, komm, geh was noch mal prison over. 115 Richtung. Hast du auch eine Silence mit? Yep. Boah, ich hab meinen Ausdauer mehr. Geh weg. Uah. 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 Hm. Ach, ich bin da. Ach. Ach. Ich hab halt ein Messerchen bei, weil... Ich will ja groß sein Messer mal freischalten. Messerchen. Was ist denn Dicke da? Ich hab grad knapp. Hier ist Manni. Ja. Wo ist denn Manni mal von mir? Gumpi, geh mal weg da. Matti. Oh nein. Geh scheiße. Lauf mal. Lauf. Ich lock Matti weg und du holst das Ding. Matti. Okay, Matti. Komm. Okay, Matti. Lauf. Lauf mal weg. Oh, oder den. Ja. Kapp. Sehr gut. Raben. No. Äh, reiht das noch irgendwas? Boah, wie viele Hypes. Ja. Hast du Liga angezündet mit dem Feuer? Nein. Was ist denn der hier? Sollte ich mich noch hin, weißt du? Ja. Ja. Wer wohnt? Ach, da ist der. Ich hab den nicht gesehen. Was machst du denn da hinten? Was? Was machst du da hinten? Den Hinweis holen? Oh. Oh. Ja, dann... Äh, lass uns mal atmen rüber. Okay. Oh. Oha. Eh. Eh. Warten? Ne, alles gut. Och, man. Du hast ein Pferd gepullt. Ich hab das kaputt gemacht. Welten sind... Wunderlich, von gar nicht. Warum halt ich ihn an? Hinweis ist so 3,45. Kann sein, ich hab Spinny gehört. Oder? Ich weiß nicht. Spinny! Ja, ich muss doch sagen. Oh, hier sind noch welche. So, wer kommt hin? Oh, Waffel. Du bist dran. Direkt hier hinter. Ich hab ihn mal getroffen. Links ist mal einer. Rechts da drin. Nein, nein, ich bin nicht weg. Der eine ist da. Der eine ist da. Der eine ist da. Der eine ist da. Ja. Oh. Hab ihn mitbekommen. Hab ihn. Jawohl. Der Hinweis ist leise. Von hinten. Hinter mir. Ja, ja. Lass uns hier rein. Hier ist, hier ist das Ding noch nicht. Der wird, der kommt. Der geht wieder. Wo ist sein Kollege? Hm. Hinten noch 3,45. So. Wer kommt? Wer geht? Warte. Ich muss ihn wählen mal ein bisschen, dass er, dass er kommt. Warte. Warte. Komm von anderen Seite. Oh. Von hinten. Mit ner Nägeln Feuer. Scheiße. Problem. Da geht die Muni aus. Ups. Wer kommt hier an? Da ist ein anderer. Komm mal. Das ist so ein Liegen. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich hab keinen Schuss mehr. Oh. Ah. Oh. Der ist einer. Ah. Wer auf. Komm der dann. Jo. Ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken. Komm der näher. Ist da noch mehr? Hallo. Hilfe. Hilfe! Ich war hier erst mal. Du dich erst mal holen. Du bist da nicht. Ich bin das voll nicht so laut. Wer rennt hier hinter rum? Ich hole noch nicht. Der ist hier hinter. Aber ich soll hier nicht laufen. Hier im Haus ist was. Hier im Haus? Oder war das die Spinne? Weiß nicht. Ich muss noch durchrennen. Was? Dankeschön. Dankeschön, Grimes. Für deinen Wizard. Ja, seid am Zaun? Oh, wir haben noch mehr. Ich hab schon wieder keine Muni mehr. Dankeschön für deine Huise. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist schon mit der Tür offen. Der muss immer über mir sein. Alter, wie viele Hunter hier einfach auf dem Boden rumliegen. Der rennt über mir rum. Ja, der ist hier an der Seite. Am Fenster. Da war er zumindest. Ich hab kein... Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Alter. Hier ist noch mal ne Kasse. Alter, wie viele... Guck mal her, ne? Oh, guck mal hier diese Leiche von anderen. Alter. Du bist dann noch auf Zonnie. Ist egal. Du musst drei Schuss noch bekommen. Trotzdem. Mega cool. Erstmal Heilung hier. Oh. Wart, wo sind die alle? Hier unten sind zwei. Stimmt, hier hinten in der Ecke rum. Und dann... Der ist... War hier nicht noch einer? Ich hab schon die Übersicht verloren, wo alle waren. Der hat einen Musi in Nagorn. Der hat aber Quartermaster gehabt. Der eine... Der eine war hier einfach auf dem Dach. Und dann hab ich ihn erschossen. Und dann hab ich den gerade rumrennen sehen. Warte, wo war der hier? Ja. Draußen liegen da noch irgendwelche rum, oder nicht? Ach ja stimmt, hier unten am Wasser liegt noch einer. Hier liegt auch noch einer. Ja. So, können wir jetzt in Ruhe mal Spinni machen? Hast du vielleicht irgendwie Muni bei... Hier oben auf jeden Fall auch. Wart mal. Vielleicht nicht hier durch Muni. Wart mal. Er hat ja doch ein Dings. Du hast gesehen, wo ich markiert habe, ne? Äh... Oben irgendwo auf dem Dach. Oh, hast du's gesehen? Ich war da oben. Hab da oben drauf gestanden. Das war ja witzig. Oh, 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 oh. Und wieder ein. Und wenn dann Christophon tot. Ja. Manchmal... Aber wie gesagt, ist halt meine Schutti hier. Oh. Was sagst du? Oben ist der? Mhm. Aber hier hast du gesehen. Ich hab mit der Bethetali ja auch was gemacht. Sehr gut. Bethetali ist gar nicht so schlecht. Äh, wo denn oben auf dem Dach? Warten. Warten. Einen davor? Ach, da hinten an der Leiter? Ja. Wurden wir gefunden? Ja, ja. Da bin ich jetzt eingesammelt. Nein. Bibi. 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 Irgendwann habe ich kein Zeh mehr wegen dir. Was? Kein Zeh mehr wegen dir. Warte mal, wie komme ich denn da hinten hin? Warte mal, wie komme ich denn da hinten hin? Du gehst hier einfach die Tür durch. Ach hier. Aber ich habe Grenzschaden. Oh, das ist ein Brennvolle. Wieso habe ich die denn nicht in der Hand? Wieso habe ich die in der Hand und da eigentlich nicht? Warum hast du denn die Bären fallen einfach ne? Ne Ahnung. Das hat weh getan. Warum musst du die auch eigentlich scharf machen, wenn ich da noch stehe? Bölligung. Oh wow. Ich habe meinen kleinen Zeh deswegen abgeschnitten. Oh je. Brauchst du das denn noch? Den Zeh? Klar. Ach so. Und? Ich dachte, der braucht es nicht mehr. Ich hack mal deine Zeh ab und dann gucken wir mal, ob du noch stehen kannst oder nicht. Und dann frag ich dich auch. Na, brauchst du die noch? Was ist denn jetzt so? Was ist denn los? Jetzt schläge ich den Fall erstmal wieder auf. So, jetzt habe ich alles vor barikadiert hier eigentlich. Alter. Wie der hier oben einfach mir entgegenkommt. Das ist doch nicht. Ah, ich bin erschrocken. Oh du. Ich bin erschrocken. Ich habe mich auch richtig dazugekommen so, oh Gott. Ich habe mich so geschrien, aber... Guck mal, dann steht er da so, wie Anruf. Was hat er da eigentlich dabei gehabt? Den Crossbow und... Hat er da nichts anderes? Ah, oh. Oh, eine Codwell. Auch schön. Die Codwell. Ja. Ja, schwellt sich die Bärenfall neu auf. Jetzt meint er die Bär. Also ganz ehrlich. Was meint er denn hier? Ich werde jetzt auch hier in die Ecke mit dieser Kackpfanne. Oh. Ähm. Oh, hier ist noch Money. Money in the bank. Ja. Sind da noch Schüsse irgendwo gewesen? Ja, ist noch was. Sogaran, noch 2,25. Ich glaube, die machen gerade den anderen Bus. Ach so. Oh Gott. Stimmt ja. Können wir dann noch rüber rennen? Ja, klar. Okay, hast du schon gelutet hier? Ja. Okay, dann mach ich hier erst mal. Ich dachte, wir haben halt schon alle gekillt, weil so viele gekillt wurden. Wo gehen wir denn raus? Okay. Hui. Oh, wo gehen wir denn jetzt hin? Oh, ich hab eigentlich keinen Bock auf Ford. Lass uns erstmal rüber rennen, mal gucken. Vielleicht fangen wir erstmal nach 10 und da drüber. Ja. Oh nein. Wenn ich schon in diesen Höhren da, dann denke ich mir auch immer so ein Lachin. Ne? Ich hör ja die Runde. So. Waren die einzigen, ne? Nein, tu es nicht. Nein, tu es nicht. Nein, tu es nicht. Jetzt rennen wir noch rüber. Komm. Und so viel Spannung, das passiert in der Runde. Und wenn, dann kann es einfach ein Bonusinhalt werden, weil der Anfang ist ja schon geil gewesen jetzt. Das stimmt. Wir haben schon wieder fast 9 Punkte. Oder eben warten, wenn der mich dann auf 2,70 oder so. Runde? Weiß ich nicht. Guck einmal. Ich seh grad erstmal nichts. Oh, das ist die Hive. Lauf einfach weiter. Ich treff die nicht. Ich treff ja nicht, halt. Oh, die machen grad den Boss da hinten. Ja. Lass uns mal hier kurz den Boss, lass uns einen kurzen Hinweis hier holen. Ich bin jetzt mal 50 Dollar hier. In der letzten Folge auch nicht geklappt. Also das heißt, hier klappt nicht immer alles. Genau. Ich hör den Hinweis. Ja. Oh, hier. Oh, hier. Ja, vielleicht jetzt. Stimmt. Oh, das ist wirklich ein Fort, ne? Wie viele Sekunden hast du wieder? Ja, du. Auch. Okay, lass uns erstmal gucken, da wann wir rüberkommen. Äh, wo rennst du gerade hin? Na, weiß ich auch nicht. Bäh. Bäh. Ich seh nichts. Der Hinweis war so auf 255. Die sind alle im Vor. Warte mal, der Hinweis hier oben? Ne. Da hinten irgendwo, hier irgendwo auf der rechten Seite geh ich mal von aus. Wartet mal hoch. Wir holen den kurzen Hinweis. Ja, der ist hier. Ja, dann gehen wir mal rüber. Du hast gepult? Nein. Ach doch, ja. Ich bin's auch hier. Okay, voll ganz hart. Lauf doch hier oben lang. Alter, hier sind drei Wassermonster. Ja, komm doch hier oben durch. Ich bin Wassermonster, ja. Und enden. Warum ruckelt's jetzt gerade bei mir? Ich hab'n E-Blitz über'm Kopf. Ich erlange nicht mehr mit diesem komischen Ruckeln. Ja, ich auch manchmal ein bisschen. Obwohl ich nicht jeden von neun habe. Okay, warte. Ich geh' noch ein bisschen näher ran und guck' ich mal, wie viel weh haben. Ich hab' auch gerade ruckler. Stopp hier. Na, der muss auch mal so raus tappen. Okay. Was? Warte, ich guck' mal. Naja, ich seh' nur die beiden da oben drin in dem Haupttauben. Quatsch. Die oben drin, oder wie? Hm. Naja, über mir. Über uns. Als ob die jetzt gerade nicht mehr da drin sind. Oder? Warte. Die sind hier oben. Die sind dem anderen? Da, wo ich mal zuhört habe, ja. Ja. Die sind hier oben drin in dem Haupttauben. Ja. Ich muss gucken. Äh. Goddammit, sind jetzt getroffen. Mit was denn? Wie weit Entfernung? Acht Meter. Mit einer Dolch. Hä? Oh. 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 Ich weiß ja von wo. Oben raus. Ach nein. Auch mit der scheiß Dolch. Lauf erstmal weg. Nein, nein, nein. Nein, da kommst du nicht weg. Ah. Lauf mal weg. Kalt raus. Okay, stopp, stopp, stopp. Halte ich erstmal irgendwo. Die ist alleine. Das konnte ich mir fast denken. Ich habe, glaube ich, auch nur die einen oder anderen gesehen. Ne, 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 ne. Gucken wir, ob die abhaut. Und ich brenne. Ah, ist das beschönt. Steht die genau da in den Knie. Die rechts, 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 rechts außen. Die rennen weg, die rennen weg, die rennen weg, die rennen weg. Hol mich, hol mich. Scheiß auf die. Hol mich doch einfach. Ja, aber ich bin am brennen. Aber dann sagt er also. Ja, deswegen sage ich, aber mich. Du weißt doch nicht, dass ich am brennen bin. Nein, ich habe doch halt noch geachtet. Links. Ja. Danke. Ich habe heute darauf gar nicht gerade geachtet. Achso, okay. Ja, weil ich nicht mehr viel hatte. Danke. Danke. Die ist einfach so abgehauen. Der Assassin ist ja noch da. Die haut einfach so ab. Ne, die haut ab. Kannst du kurz den Assassin gleich mitmachen? Weil ich habe heute nicht mehr viel. Ja. Das kannst du auch mal hinter den Leuten her. Ja, aber ich habe nur noch 50 HP. Und die ist schon fast unten am Ausgang. Ja, du musst rein. Ich kann nicht rein. Ich habe 50 HP. Mich trifft da einfach nicht voll oben. Du musst den machen. Ja, toll. Ich kann nicht nur wieder ein bisschen an der Tür warten. Ich hoffe mal, dass ich den hinbekomme. Jetzt schon. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Warte, warte. Das ist einfach hier unten. Mach's auch schon. Ja, danke. Gerne. Ich meine, das ist nicht böse, aber... Was denn? Ich habe noch mehr Feuer. Willst du noch Feuer? Ich habe das Feuer dort nebengeschmissen. Ich habe das Feuer, das ist einfach ein Bord, die gut spielen. Egal, dann können wir auch noch mal zwei. Na klar, ach der Arsch Mann Ja, ist er gut Sehr gut Ich guck nochmal Dankeschön Du bist nicht böse, ne? Was denn? Dass ich jedenfalls so rummelig war Ja, alles gut Weil jetzt, wenn ich den halt schon machen soll, dann fackelst du mich halb ab und Du denkst mir so, was soll ich denn nix tun, so Alles gut Dann merke ich halt, dass wenn du mit Ungeduld bist, dann diese Phase da Ne, ich wollte ja nur mitmachen, damit du was hier Ne, ich hab mich jetzt geschafft Du dringst mich vielleicht um mit Eie Deswegen war ich ganz kurz sauber Wenn meine beiden Balken immer weggebrannt sind, soll ich so schön Ja, voll schön Nein, keine Ahnung War der andere schon vorher weg? Der andere hat mindestens ein Balken mitgefallen Äh, der andere war doch schon weg, ich hab dich doch schon wieder geholt Du warst schon scheinmal tot, oder? Ja Da hatten wir, glaub ich danach hast du mal gebrannt? Ich hab grad keine Ahnung Ich weiß nicht, was dir vorhin bei den Augen alles passiert ist War so viel gewesen Ne, aber ich dachte halt, wieso willst du diese eine killen? Weil meistens rennst du immer hinter den Leuten her, egal wie viel HP du hast Ne, jetzt wollen wir hier noch einen Assessen haben Dann Dann darf ich nicht mehr so gut reinmachen Ne, schon mal zu dir hin, oder was? Äh, Moment Hm? So Sag mal was Ja, hallo Hallo Was hast du gemacht? Wieso? Wieso? War ich zu laut? Nein, ich musste was einstellen War nichts mit dir zu tun So Baby, ich bin im Sound Wow Ähm Hä? Okay, ich bin noch da, ne? Ja Okay Weil ich hatte gerade einmal hier komplette Strumpfwand kommen Mir hat's gerade einmal komplett geblinkt alles In deiner Wohnung? Ja Oha, was? Ja, ja, ich wurde aber komplett dunkel hier drin, deswegen war ich insgesamt wieder an ETF Aber zum Glück geht noch alles, okay Wie wittert's bei dir? Ne, ne, ich wollte einfach nur schrumpfen und gucken Krass Das war grad krass Puh, ist ja nochmal gut gegangen, das stimmt Hat nun gut gemacht Na ja Noch hast du Okay Okay So, dann rennen wir auch nach unten raus Dann hat sie jetzt noch einen Bounty bekommen hier mit ihrer Welt da Wir haben Geld drin Wir haben Geld drin Ja, hier ist Hier ist niemand Hm Komisch, hier war keine Schwankung Da heißt ja auch nicht, dass er bei dir auch ist Das kann ja auch irgendwie mit mir vielleicht nur eine Straße gewesen sein oder so Oha Oh Gott Oh Gott Ja, die gier Aua Hör ja, färde fünf Minuten auch noch Ja Ja, färde Mhhh Okay, sie können Hier ist noch eine Kutsche vor der Haustür Kommo Hey Doc Hast du heute geschossen? Oh fuck, nein, der Doc Der Doc hat geschossen? Nein, ich schieße ja, aber der Doc hat mich gerade verletzt Der Doc hat dich verletzt Du solltest den Arzt wechseln Was denn? Ah Ah Das tut Ah 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 Hallo? Ja Da geh ich nicht Bei sofern mal Witze lacht ne? Ne Soll ich da deinen Witz rein? Ehhhhh Ehhhhh Ja so schön was auch Der hat ja schon wieder Witze gemacht Helijk Ach nein Das muss ich mir mal nur anhören Oh, du blödes Kuss! Oh, oh, muss los. Ah, ich bin leicht tot. Was steht denn hier gerade? Ich bin leicht tot. Ja, ich auch. Na klar. Alter. Friss Blei! Als ob die überlebt haben. Oh! Die Kacken! Was passiert hier? Komm einfach her. Ja. Ja, ja, ja. Einfach ja. Okay. Okay. Dumb da dumm. Dung dumm. Dung dumm. Dung dumm. Oh, braun. Oh, braun. Oh, braun. Was ist denn da? Guck mal. Was ist denn da? Guck mal. Ja. Das war ne Flash. Guck mal. Guck mal. Sechs Stück kann man nur noch. Oh, ich hab für ne Vetterli schon mal ne Dings freigeschaltet. Warte mal. Was hab ich denn? Was hab ich denn? Progress. Das Match. Ich hab zwei Kittels. Geil. Dankeschön. Ja, schön gemacht. War doch noch eine erfolgreiche Runde. Auch wenn ich, naja, am Ende vielleicht nicht mehr so richtig getroffen hatte. Und... Ah, blöd. Übrigens, wir sind schon bei 3,8 Millionen. Also bald, bald, bald und vier. Vier Millionen. Geil. Ja. Von 100 Millionen. Wenn ihr das Event noch etwas habt, wie ihr seht, dann macht mit. Und sonst gerne beim nächsten Mal wieder einschalten, liken und bis zum nächsten Mal zu einem Showdown. Tschüss. Tschüss. Tschüss.